Willkommen. Im Rahmen der Binomialverteilung werden wir uns in diesem Tutorial anschauen, wie man Summenwahrscheinlichkeiten mit Hilfe der Sigma-Regeln abschätzen kann. Bevor wir uns eine Beispielaufgabe anschauen, müsst ihr ein paar Grundlagen frisch in Erinnerung haben. Deshalb schauen wir uns diese wichtigen Grundlagen erstmal an. Ihr habt hier ein Histogramm. Das ist die Art und Weise, wie man Binomialverteilung darstellt. Bei dem höchsten Balken finden wir immer den sogenannten Erwartungswert. Das ist die Trefferzahl mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, wie man auch hier anhand dieses Histogramms problemlos erkennen kann. Dieser Erwartungswert wird mit der Formel n mal p ausgerechnet. Außerdem gibt es noch die sogenannte Standardabweichung. Das ist die mittlere Abweichung vom Erwartungswert. Also von diesem Erwartungswert können wir dann entsprechend nach links und nach rechts abweichen. Zum Beispiel um eine Standardabweichung. Sie wird abgekürzt mit dieser Buchstabe Sigma und Plus Sigma bedeutet, wir gehen eine Standardabweichung nach rechts, Minus Sigma eine nach links. Dieser 1 Sigma Bereich wäre dann hier mit grün angedeutet. Und welche Bedeutung er tatsächlich hat, sehen wir gleich. Was uns allerdings hier interessiert, ist die Formel für die Standardabweichung. Und die habe ich auch hier unten jetzt eingeblendet. Also hier müsst ihr einfach diese zwei Formeln in Erinnerung mitnehmen. Ebenfalls von großer Bedeutung für dieses Abschätzen sind die drei Sigma Regeln. Also wir erinnern uns an unsere Abbildung von vorher. Hier sind wir 1 Sigma nach rechts und 1 Sigma nach links gegangen. Deshalb wäre das der 1 Sigma Bereich sozusagen. Und die Wahrscheinlichkeit für diesen 1 Sigma Bereich beträgt näherungsweise 68,3%. Diese Zahl zusammen mit dem anderen, wie wir gleich sehen werden, ist wichtig. Außerdem gibt es noch die 2 Sigma Regel. Also ihr seht hier den 2 Sigma Bereich eingeblendet. Also wir weichen vom Erwartungswert um 2 Sigma nach rechts und 2 Sigma nach links. Und die Wahrscheinlichkeit für diesen Bereich beträgt 95,4%. Und bei der sogenannten 3 Sigma Regel weichen wir natürlich um 3 Sigma nach rechts und nach links vom Erwartungswert. Die Wahrscheinlichkeit für diesen Bereich beträgt dann entsprechend 99,7%. Das war es im Großen und Ganzen mit den Grundlagen. Wir fassen an dieser Stelle nochmal zusammen alles, was wichtig war. Also wenn x eine binomial verteilte Zufallsgröße ist mit dem Parameter n um p. Gilt für den Erwartungswert dieser Formel. Für die Standardabweichung dieser Formel. Und außerdem haben wir noch unsere 3 Sigma Regeln. Also das ist der 1 Sigma Intervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 68,3%. Dann der 2 Sigma Intervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 95,4%. Und noch diesen 3 Sigma Bereich mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,7%. Also das ist in erster Reihe wichtig. Allerdings gibt es noch eine Bemerkung an dieser Stelle. Und zwar, je größer n ist und je näher p bei 0,5 liegt, desto besser wird die Annäherung durch die Sigma Regeln. Also es geht an dieser Stelle darum, wann überhaupt eine Annäherung mit der Sigma Regeln Sinn macht und keinen Sinn macht. Also in erster Reihe für große n Werte. Dann p soll in der Nähe von 0,5 liegen. Übrigens, wenn die Trefferwahrscheinlichkeit bei 0,5 ist, bedeutet das, dass das Histogramm komplett symmetrisch ist zum Erwartungswert. Und das macht die Bereiche natürlich besser berechenbar. Und für all das gibt es eine sogenannte Faustregel. Und zwar die Tatsache, dass Sigma größer als 3 sein muss. Diejenigen von euch, die sich schon ein bisschen in Binomial-Normalverteilung beschäftigt haben, kennen diese Sigma größer 3 als sogenannte Laplace-Bedingung. Also, kurz gesagt, nur wenn Sigma größer als 3 ist, macht es überhaupt Sinn, dieses Verfahren anzuwenden. Und hier ist unsere Beispielaufgabe. Schätze mit Hilfe der Sigma-Regeln folgende Wahrscheinlichkeiten ab für n gleich 200 und p gleich 0,5. Und wir suchen dann schätzungsweise die Wahrscheinlichkeit für den Bereich zwischen 80 und 105. Auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist, werden wir uns hier ein bisschen an den Histogramm orientieren, weil das macht das Leben ein bisschen einfacher. Der Bereich, der uns interessiert, habe ich hier mit grün angedeutet. Und in der ersten Reihe müssen wir den Erwartungswert und die Standardabweichung ausrechnen. Zur Erinnerung, der Erwartungswert war n mal p. Wenn wir jetzt die passenden Zahlen einsetzen, dann kriegen wir für diesen Erwartungswert 100 raus. Für die Standardabweichung war das hier die Formel. Wir setzen wieder die Zahlen ein und unser Ergebnis lautet 7,07. Und ihr seht, auch diese Bedingung, von der wir vorher gesprochen haben, dass Sigma größer sein muss als 3, ist ebenfalls erfüllt. Also somit macht es natürlich Sinn, dieses Abschätzen durchzuführen. Und jetzt fängt die tatsächliche Lösung der Aufgabe an. Wir schnappen uns als erstes diesen Ausdruck hier, was wir in Klammer bei p finden. Also den werde ich jetzt hier nochmal ausführlich übernehmen. Und diese Ungleichung müssen wir so umformen, dass sie eine gewisse Symmetrie zum Erwartungswert zum Ausdruck bringt. Das heißt, übersetzt, wir werden jetzt überall in dieser Ungleichung den Erwartungswert abziehen. Zur Erinnerung, der Erwartungswert war 100. Also wir rechnen überall minus 100. Entsprechend haben wir dann ganz links minus 20 stehen. Dann mittig natürlich x minus 100. Und auf der rechten Seite 105 minus 100 sind nur noch 5. Im nächsten Schritt müssen wir die linke und die rechte Seite bei dieser Ungleichung als Vielfache von Sigma darstellen. Das heißt, übersetzt, wir durchmultiplizieren diese Ungleichung mit Sigma durch Sigma. Aber dabei benutzen wir einen kleinen Trick. Also, ein Sigma lasse ich als Sigma stehen und das andere Sigma und den Nenner schreiben wir als die tatsächliche Zahl, die Sigma ist. 7,07. Also die komplette Ungleichung wird damit multipliziert. So haben wir auf der linken Seite, wenn wir die Zahlen von den Buchstaben trennen, minus 20 durch 7,07 und das Ganze mal Sigma, das oben steht. Kleinergleich. In der Mitte ändert sich eigentlich nicht, weil da macht sich kein Sinn, sich zusammenzufassen. Und da kürze ich dieser Sigma durch Sigma eigentlich weg. Also, da können wir immer alles schön in Ruhe lassen. Und auf der rechten Seite die gleiche Taktik wie links. Das heißt, die 5 teile ich durch 7,07 und dann dieses Sigma schreibe ich nochmal hinten dran. Und im letzten Schritt rechnen wir diese Zahlen links und rechts natürlich mit dem Taschenrechner aus. Das habe ich jetzt auch gemacht, also minus 20 durch 7,07 ergibt näherungsweise minus 2,83 und dann wieder mal Sigma. Kleinergleich. x minus 100 und auf der rechten Seite 5 geteilt durch 7,07 geben 0,71 und dann wieder natürlich Sigma. Eine kleine Bemerkung an dieser Stelle. Ich merke gerade selbst, mein handschriftliches Sigma sieht sehr exotisch aus. Mehr wie eine 6 als wie ein Sigma. Bitte bringt es an dieser Stelle nicht durcheinander. Das ist überall ein Sigma. Um ehrlich zu sein, könnte man an dieser Stelle gleich die Schlussfolgerung, die richtige Schlussfolgerung an dieser Stelle ziehen. Allerdings werden wir uns das Leben ein bisschen einfacher machen und die ganze Auswertung mit Hilfe des Histogramms nachvollziehen. Das ist ein bisschen leichter und das hilft euch auch wirklich zu verstehen, was da eigentlich zu tun ist. Also, wir betrachten diesen Histogramm auf der rechten Seite und orientieren uns für den Anfang an unser Erwartungswert bei 100, wo die gestichelte Linie ist und vermerken diesen 1 Sigma und 3 Sigma Bereiche. Wieso, werdet ihr gleich sehen. Also, auf der rechten Seite könnt ihr euch so den 1 Sigma Bereich oder die Hälfte von diesem 1 Sigma Bereich vorstellen, das nur nach rechts geht. Also, ihr seht, die grünen Balken reichen nicht ganz für den 1 Sigma Bereich. Um genauer zu sein, reichen sie nur für 0,71 Sigma aus. Das haben wir hier an dieser Stelle auf der rechten Seite jetzt ausgerechnet. So ähnlich werden wir auch die linke Seite auswerten. Also, das wäre zum Beispiel der 3 Sigma Bereich oder die linke Hälfte des 3 Sigma Bereichs. Und wir haben ausgerechnet auf der linken Seite, dass wir minus 2,83 Sigma haben. Das bedeutet, wir gehen 2,83 Sigma in diese Richtung. Also, wir können dann an dieser Stelle behaupten, dass wir mit unseren grünen Balken näherungsweise ein halbes 1 Sigma Bereich nach rechts gegangen sind und nochmal ein halbes 3 Sigma Bereich nach links. Tja, wie hilft uns das weiter? Naja, die Wahrscheinlichkeit für den 1 Sigma Bereich kennen wir für den ganzen 1 Sigma Bereich links und rechts liegt bei 68,3%. Weil wir näherungsweise nur die Hälfte davon haben, können wir das Ganze durch 2 teilen und dann haben wir für die rechte Seite vom Erwartungswert näherungsweise 34,15%. Die gleiche Taktik wenden wir auch auf der linken Seite an. Also, für den ganzen 3 Sigma Bereich gibt es 99,7%. Wir brauchen allerdings näherungsweise nur die Hälfte, deshalb teilen wir wieder durch 2 und damit haben wir 49,85%. Und wenn wir jetzt diese zwei Wahrscheinlichkeiten zusammenzählen, haben wir näherungsweise die Wahrscheinlichkeit für unser gesuchter Bereich. Also, wir zählen hier an dieser Stelle einfach 49,85% plus diese 34,15% und das ergibt natürlich 84%. Also, als Dezimalzahl 0,84. Aber wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Schätzen. Wir müssen noch entscheiden, ob dieses Ergebnis größer oder kleiner als unsere gesuchte Wahrscheinlichkeit ist. Also, so wie ihr am Histogramm problemlos erkennen könnt, ist unser grüner Bereich, den wir suchen, ein bisschen kleiner als diese Sigma-Bereiche. Deshalb könntet ihr hier mit gutem Gewissen sagen an dieser Stelle, dass die Wahrscheinlichkeit kleiner ist als 84%. Und übrigens, ich habe jetzt auch die genaue Wahrscheinlichkeit mit Hilfe des Taschenrechners ausgerechnet, als binomial verteilte Aufgabe. In Wirklichkeit kommt 0,78 raus oder 78%. Also, der Wert ist tatsächlich kleiner als 84%, aber eine relativ gute Näherung oder Schätzung. Und nun mal so am Rande für den Fall, dass ihr euch fragt, wieso man sich sowas eigentlich antun muss, wenn sowieso der Taschenrechner alles hinbekommt. Naja, auf diese Art und Weise hat man es früher gerechnet, wo es keine wissenschaftliche oder grafische Taschenrechner gab. Da müsste man zu solchen Mitteln greifen. Zum Schluss noch ein paar nützliche Hinweise. In diesem Zusammenhang ist es natürlich wichtig, dass ihr den Erwartungswert kennt, die Standardabweichung und ihre ganze Bedeutung im Zusammenhang mit Histogramme. Außerdem gibt es bezüglich der Sigma-Regeln auch noch andere anwendungsorientierte Aufgaben, und zwar mit Taschenrechner, die für die Abiturprüfung von Bedeutung sind. Und alles basiert natürlich auf Binomialverteilung mit Taschenrechner. Wenn Bedarf Tutorials zu all diesen Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like, ein nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nix. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren. Wer weiß, vielleicht gefällt euch mein nächstes Video.